Ciao zusammen, ich bin der William Reyes, ich mache Lechtathletik und ich arbeite gerade bei der Kantonalbank. So, und jetzt bin ich parat. Lechtathletik ist meine Leidenschaft. Dank meiner flexiblen Arbeitszeiten kann ich dir sehr gut mit dem Job verknüpfen. In den vergangenen Jahren habe ich mit der Kantonalbank verschiedene Erfolge verfeiert, wie die Halbfinalkalifikation an der U20 WM und meine Mehrheit der Schweizer Rekord. Es ist wirklich toll, durch so eine verantwortungsvolle Arbeitgeberin unterstützt zu werden. Und jetzt wird weitergeschafft. Untertitelung des ZDF, 2020